geil so hallo und herzlich willkommen heute wieder zu escape from tarkov und zwar ein ganz kurzes video nur diesmal aber ich will auf jeden fall sicher gehen dass alle davon gebrauch nehmen machen können und zwar geht es um kleine promo geschenke von battle state games also von escape from tarkov zu weihnachten neujahr zum patch keine ahnung fette aktion auf jeden fall ich zeige euch mal was da drin ist einmal diese m4 a1 des zornes das geht wahrscheinlich mehr zu equipen des weiteren die akm die auch nicht mehr so zu erkennen ist extrem nice ein kiba und ein item case manche haben sich vielleicht schon gefragt warum so viele item cases und kibars auf einmal beim fans sind die werden wahrscheinlich instant direkt verkauft keine ahnung auf jeden fall eine extrem geile aktion ich zeige euch jetzt noch kurz wie ihr da rankommt so also geht auf escape vom tarkov.com loggt euch da dann ein mit euren anmeldedaten genau wie ihr euch bei escape vom tarkov auch anmeldet dann geht ihr eben oben rechts oben auf das profil dann kommt ihr auf diese seite dann kommt hier unten zusätzliche ingame ausrüstung und da geht ihr dann auf erhalten ich habe jetzt schon schwemmjob ist aktiviert ich habe das jetzt schon einmal gemacht deswegen kommt diese nachricht wenn ihr da drauf gedrückt habt geht ihr wieder ingame und ingame kriegt ihr dann in dem messenger eine nachricht hier system greetings incoming package kannst du annehmen schaut natürlich dass ihr platz habt für diese schönheiten einmal ein item case hier kann man waffen munition und was weiß ich was noch alles reinpacken kibar für schlüssel extrem nice wir haben vor schon gekotzt dass wir keinen haben weil wir jetzt schon wieder so viele schlüssel haben und alle nicht hier unterkriegen und eben diese zwei schönheiten hier extrem fette aktion gebt einen daumen hoch wenn ihr die aktion feiert ja schönen tag noch damit viel spaß und bis zum nächsten mal